herzlich willkommen zurück zum let's play für uns im nato wir machen heute weiter mit unserer nächsten route wir starten heute in nürnberg und reisen 820 kilometer bis nach frankfurt über fürdburg-darmstadt-koblenz ja also einmal komplett durch so mal kurz mal alles andere ja machen können so klimaanlage dann geht es dann geht es los auf los geht es los so wir fahren jetzt von nürnberg aus vier kilometer ich habe sie von unserem hof aus vier kilometer ja ich habe gerade nur das kennzeichen gesehen es ist ein bisschen unglücklich gewählt so fahren wir hier rüber also 821 kilometer sind sicher dass wir gerne mehr reingenommen aber ist halt so wir fahren bis frankfurt es ist aber eine ecke hier sind aber ecken hier dabei so moin sehen euer busfahrer ist wieder da kann ich versuche mich anmelden nach rüdesheim ne doch ja ok probelns ja mainz probelns frankfurt probelns wiesbaden mönchiglapp aber niemand ziemlich sicher ja doch entschuldigung jurelei so wie jetzt hier habe ich mal wieder bei naja ich hab's alle ich hoffe ich bin hier richtig gut ist heim und darin start so dich nehme ich nicht mit du sitzt kacke hallo und herzlich willkommen bei flixbus wir freuen uns dass ihr an bord seid und wir gemeinsam unser heutiges reiseziel ansteuern kalt bevor wir richtig in fahrt kommen und ist jetzt eine pause warum habe ich in frankfurt habe airport nicht mit drin ist airport nicht mit drin eigentlich hätte ich in airport mit reingenommen eigentlich sollte das mit drin sein oder steht das nur so da dass der frankfurt hauptbahn ich dachte mir ich hätte fragen würde fragen für flughafen und halte ich hätte mit drin genommen ach gut ist halt hier so lorelei klar okay ich dachte frankfurt flughafen ist auch die eigene ecke aber gibt es nicht scheinbar einfach trotzdem vorbei einfach trotzdem vorbei schnallt euch deshalb während der gesamten fahrt an in den sitztaschen vor euch findet ihr unsere bordkarte mit weiteren sicherheitshinweisen und infos zu unserem snack und getränkeangebot eine toilette befindet sich im hinteren einstiegsbereich wer kostenlos surfen will wählt sich einfach in unser wlan netz ein unser reisetipp fürs internet schaut doch mal auf unserer facebook page vorbei unser team freut sich riesig über eure likes und nachrichten sollte euer akku zu neige gehen kein problem viele unserer sitze sind mit steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet so könnt ihr euer smartphone die gesamte fahrt über nutzen wenn ihr eure nächste fahrt auch gleich mobil buchen wollt holt euch einfach unsere app und profitiert von exklusiven online angeboten auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle infos und städteverbindungen für euch bereit natürlich wollen wir unseren service ständig weiter verbessern für feedback zu eurer fahrt nutzt bitte den fragebogen den wir euch per e mail zuschicken wir danken für eure aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte fahrt und viel spaß an bord bei flixbus genau ja frankfurt airport und willkommen zu flixbus we're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today before we set off we would like to share some information about the journey the wearing of seat belts is compulsory on board the bus therefore please keep your seat belt fastened throughout the entire journey in the seat pocket in front of you in the seat pocket in front of you you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages there is a restroom located in the rear boarding area if you would like to grab the internet free of charge simply log on to our onboard wifi network if your battery runs out no problem many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly if you would like to book your next journey while you're on the road simply download our app to your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts for more information simply visit flixbus.com or get in touch with us on facebook of course we're always driving to improve our service please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey you can also use it to share your suggestions ideas and requests we're always ready to assist and now we can finally set off thank you for listening we hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with flixbus so bist du jetzt mal fertig oder kann ich jetzt mal irgendwie ein bisschen was dazu sagen ähm ähm ich weiß nicht, ich hab vergessen was ich sagen wollte so ein raudi keine ahnung ähm ich hab echt nichts vergessen was ich sagen wollte ja wie gesagt wir haben auf jeden Fall jetzt das mal in Würzburg als nächstes und dann haben wir Bayern einmal komplett abgeschlossen oder warte mal ne Bayern haben wir nicht abgeschlossen, ne ach Gott, hier fehlt noch die ganze hier fehlt noch die ganze Kacke Konstanz und Schwabendegau die gehören nämlich auch noch dazu glaub ich mich nicht die hab ich, ich muss es zugeben, ich hab's übersehen die hätte ich mit reingenommen gerne aber wie gesagt wir haben ja hier noch Bern und wahrscheinlich wird's dann auch wieder auslaufen, dass wir die mitnehmen dann wenn wir aus Frankreich kommen ach scheiße ich muss zugeben, ich mich mal vergiss echt was du sagen willst soll ich hier raus soll ich hier raus dann ist ja dann noch Würzburg herunter noch Moin moin ich muss mal hier vorbei ja jetzt noch eine genau 100 Kilometer bis Würzburg also 821 sind es insgesamt naja genau was ich gerade anmerken wollte zum Thema ja äh ich freu mich auf August da geht's für mich dann auch endlich mal wieder nach Frankfurt zum Flughafen einer der der zweitgrößte überhaupt in Deutschland da nach München und äh ja ich freu mich schon auf jeden Fall drauf der blendet aber wieder extrem der Kollege weil ich flieg ja am im August flieg ich ja von äh Leipzig wo hast du denn deinen Führerschein gemacht ich hab nicht mal einen jaaa du Idiot ey ähm mir ist tatsächlich irgendwo was ich kann nicht mal leh hängt da ein Auto unter mir irgendwie ne ich muss zugeben ich kann nichts machen gerade weil ihr seht ja ich schlag voll ein es passiert nichts ähm ich schlag ähm ich schlag weinhard ich fahr doch mal weiter das wäre nicht ich muss zugeben ich hab ja nicht gesehen wo der war also dass der da unter mir hängt das wusste ich nicht hm äh äh genau ich bin ja von Leipzig aus nach Zürich in die Schweiz und äh warum auch immer du jetzt rechts und links fährst ähm und da muss ich ja von wenn ich von Leipzig fliege aus in Frankfurt umsteigen da freu ich mich auch schon auf eine Stunde eineinhalb oft halt in Frankfurt so ja ich bin schon bin schon ziemlich vorbereitet ich freue mich schon ich habe jetzt heute Flug und Hotel will komplett bezahlt schon das heißt es wird jetzt nichts mehr im Wege kommen ich habe ja ein bisschen Zeit gehabt um alles zu buchen und alles zu bezahlen und dann vorher so ein bisschen und das habe ich jetzt einmal gesagt ich zahle jetzt einmal komplett dann habe ich meine Ruhe dann ist das Geld weg und äh ich habe meine einfach nur Ruhe ich habe keine Kosten mehr zum die ich nachher noch vor mir habe ich kann ja meine Kreditkarte kann ich ja ein bisschen im Voraus kann ich ja zahlen das kann ich ja bestimmen dass ich ein bisschen ein bisschen ein bisschen Aufschieb habe ich habe diesen Monat echt super gut verdient deswegen habe ich gesagt komm jetzt scheiß drauf jetzt die ganze Kacke einfach aus und gut ist dann hast du nämlich einfach einfach nur komplette Ruhe weil wofür äh ich wollte jetzt wieder irgendwelche Zusatzkosten wo du dir ein bisschen Geld zur Rückzeit legen musst jetzt kann ich mich nur ein um den Urlaub konzentrieren und ein bisschen Urlaub für den Urlaub sparen und äh dann passt das soweit so okay ähm wo fahren wir denn jetzt überhaupt hin nur so nebenbei also Würzburg ganz klar 11 Uhr ist die Pause ist die Pause? 11 Uhr ist die Pause wie viel haben wir jetzt? Nimmer 30 keine Pause werden wir wahrscheinlich machen müssen wahrscheinlich zwei mal Augsburg, Würzburg, ja Würzburg ist schon richtig so also wissen wir wahrscheinlich hier runter ja 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 Würzburg habe ich in der letzten Folge schon gesagt dann müssen wir auf jeden Fall nochmal hin so jetzt sind wir gleich da sind wir gleich schon in Würzburg und dann haben wir wie gesagt bis auf die zwei kleinen Dörfer da Bayern auch schon abgearbeitet in Süddeutschland Spaß ja wir müssen die zwei Dörfer mitnehmen dann hätten wir erst dann kriegen wir die Träume in Süddeutschland ich glaube nicht, dass das ein Platin-Display wird eher weniger ich würde mir wahrscheinlich jetzt auch mal die Tage das DLC kaufen das heißt es könnte sein, dass wir in der nächsten Episode mit einem neuen ähm mit einem neuen Anbus fahren dann können wir mal ein bisschen testen ob ich den Scania oder so mal irgendwie nehmen mal schauen gehen wir schon hin gehen wir schon hin so 26 Kilometer noch bis Würzburg und von Würzburg geht es dann weiter nach Darmstadt Darmstadt und dann geht es sogar schon Richtung Frankfurt also Richtung, ja doch Richtung, genau Darmstadt, Frankfurt und dann haben wir Wiesbaden und dann gibt es die ganzen Dörfer hier ne, wie es war zum Beispiel ne, Frankfurt ist zum Schluss ne, Frankfurt ist zum Schluss wir fahren erstmal ja ja, hoch Tee Frankfurt fahren wir das letztes Jahr ist Wiesbaden ja wir müssen ja die ganzen Dörfer erstmal fahren aber die liegen alle schön nah beieinander das ist sofort da wieder jetzt haben wir schon wieder Stau wenn man es so macht man fährt über einen über einen über einen über einen Standstreifen was hier war das? ich habe keine Ahnung was das war sonst müssen wir hier jetzt ein bisschen aufpassen so war doch gelb ja doch, war gelb haben sie es so eilig? so, da sind wir schon in Würzburg hängt aber tief die heißt sie hier so, muss ich gerade mal ein bisschen mit dem Gas runter weil der hier erstes Mal ja ja ne, der ist so scheiße, der bremst einfach so, jetzt sind wir da auch hier gell ich mich natürlich nicht aus warum auch da stehen ein paar Leute moin nur zwei da da die will ich finde ich hätte ja ja ciao ciao rc bitte so danke malzeit bitte sehr danke ciao fahren sie in meine Richtung oh hallo fahrne sie in meine Richtung hallo bin ich hier richtig? danke sehr mahlzeit bitte sehr danke schön hallo drehen ich mich da ist gar nicht mit der andere wollte da rennen da fahren wir erst irgendwann mal hin da fahren wir jetzt natürlich noch nie hin das werden wir noch mitnehmen natürlich jutsch so jetzt geht's auf die zweite Etappe von Würzburg aus kommen wir sind ja mittlerweile jetzt in Würzburg so gut weiter geht's nach Darmstadt dann auf nach Hesse 125 km von Würzburg nach Darmstadt das geht ja noch von der Etappe her ist ja etwas weniger deutlich weniger als das was wir jetzt schon hinter uns gerade gebracht haben von Nürnberg nach Würzburg und jetzt geht's auf Darmstadt in Darmstadt findet alles in Darmstadt Moin Moin wir war schon also wir haben hier schon mal ne waren wir nicht das war aber anders wegen der Unterführung aber die war die war halt nur mit München so hallo ich kenne Taxifahrer die besser fahren als sie fahr doch mit dem Taxi das interessiert mich nicht ne ich bin Autofahrer ich bin Taxifahrer ich bin besser nein fahrst du nicht ich kenne doch schwarze Schafe von Taxifahrern wie gesagt ich bin Busfahrer von Beruf ne und ich erlebe sehr viel waren sie so eilig ja natürlich Mutti hat Druck von daher sperre dich nicht sonst geht die Klimaanlage höher so äh nein ich kenne auch einige Taxifahrer die sich wie die letzten hinkern übernehmen also nicht nur die Taxifahrer auch viele viele Autofahrer da werden dann Stellen überholt da denkst du dir alter Kollege habe ich vorhin mal angerufen deswegen muss ich in der letzten Folge immer mal wieder ein bisschen unterbrechen der mir da erzählt hat dass ihn jemand überholt hat an einer Stelle und dann quasi einen halben Meter über den Grünstreifen gefahren um zu meinem Bus vorbeizukommen also ob das so nötig ist also ich habe es selber gestern vorgestern erlebt da musste ich quasi weil ich rechtsfahrer aufgefahren bin auf die Hauptstraße auf die Straße ganz nach links rüber ich blinke nach links setze mich schräg an was macht der Autofahrer hinter mir und will mich überholen schon mit dem Fenster runtergemalt hab gefragt ob er es so nötig hat um mich da jetzt noch reindrücken zu müssen weil auch wenn man mir anzwischen gehen muss ich drüber fahren kann ich so warum geht es geht doch also wie gesagt ich verstehe nicht also manche Autofahrer müssen es übelst nötig aber auch ich habe heute Morgen auch einen gehabt ähm der über durchgezogene Linien überholt hat vor der Ortschaft also überholt vor der durchgezogene Linie in der Ortschaft und bremst dann so Leute habt ihr es so bitter nötig früh mir so auf den Sack zu gehen Menschen zu gefährden habt ihr euch seit eine Minute her auf Arbeit oder was ich verstehe es nicht manchmal denke ich mir Leute ey oder was auch gerne beliebt ist zum Beispiel so 200 Meter vor der geschlossenen Schranke da bildet sich schon die Schlange die Barke von der 300 Meter kommt dann setzen sie zu überholen an zieht er dir vorbei zieht er vor dir rein und bremsen nicht aus und stehen vor dir an der Schranke sag mal sag mal muss das sein? da würdest du am liebsten noch schnell dir den Selle in die Schuhstange hauen und dir mal sagen sie sind froh dass er nicht größer ist ja genau das meine ich ey du setzt schon den zu überholen an willst eigentlich schon den LKW vorbei was macht das Auto ey ich hab's mir schon da vor ich lass mich da überholen weiß ich nicht ey ja ist schon klar ich fahr hier in dem Spiel auch wie der allerletzte hängt gerade das ist mir auch scheißegal das ist ein Spiel das ist eine andere Geschichte ich rede jetzt von real life also mach dein scheiß Telefon aus sonst fliegt es aus dem Fenster ich schwöre ich Bremse geht doch so 70 km von Darmstadt genau und jetzt denkst du ich komm nicht vorbei jetzt geh ich mal so jetzt geh ich ja nie vorbei jetzt bin ich in vorne jetzt ist es mir gerade egal dieses hin rechts rein und da raus und dumme Gezier das geht mir so auf den Sinkel boah ist das warm heute ne ich bin jetzt schon ein bisschen mal am zocken aber ich muss mal kurz vor meinem Kaffee nippen ja ich hab mir noch einen Kaffee geholt aber sonst packe ich die Folge nicht aber willst du mich noch mal anfangen? warte ich komm noch mal ich muss noch mal ich war schon vorbei an der Karre was geht das? sonntagsfahrer ne immer noch Samstag ich hab immer noch den Tag nicht umgestellt ich hab immer gerade auf die Folge kommt tatsächlich an dem Sonntag raus also passt auch schon durchaus mit der Aussage ne mit dem Sonntagsfahrer ich wollte eigentlich nur da in die Lücke rein weil ich bin trotzdem geliebt dass wir kommen die schon wieder versucht zu versenken guck mal jetzt zieh ich dir die wieder abrangen auf der sitzt gleich wieder neben mir der sitzt gleich wieder neben mir der Affe so vorbei Gott sei Dank so kurz vor Darmstadt liebe Leute 40 Kilometer und dann sind wir schon da und von Darmstadt geht's dann weiter nach Rüdersheim nach Rüdersheim in Rüdersheim in Rüdersheim in Rüdersheim sind alle Krütenheim ja umso müder ich werde umso flacher werden die Witze ich meine die waren schon nie gut aber trotzdem nein alles gut wie gesagt das Ding fahre ich hier noch zu Ende mit euch die eine Rute sag was willst du jetzt hier neben mir guck mal das ist 80 erlaubt ich fahre 102 und werde von dem Auto überholt meine Kinder die kliemann lagersteine 21 5 guck das meine ich halt du bist doch 80 hier sagt sich erlaubt du fährst du nicht fahrhundert zu bauern muss und werde von dem Auto überholt mein Kind muss zur Schule ins klassenzimmer so was muss ich kalt ach nee so scheißegal hier gibt Gas komm ich schieb sogar noch da wird der Kindstelle in die Schule in dem bus du bist du wie raudy die polizei die stehen da nur gucken kann ich nichts machen meine schicht ist zu ende so 22 kilometer noch dann haben wir schon die nächste etappe wieder weg also 821 kilometer lang ist dieses ding hier und ich glaube wir haben nicht so große strecke ich glaube das sind jetzt die einzigen zwei große strecken gehen jetzt noch von der länge her ich glaube aber noch mal nach frankfurt das wird noch mal das wird noch mal sich ziehen der witzburg und dann nach darmstadt das zieht sich jetzt noch mal der witzprogramm gestartet wir sind wir gestartet von wegen erste etappe das war die erste darmstadt die nächste nach wiesbaden die wird von wegen wir fahren wir fahren nach wiesbaden wiesbaden drehen wir fahren über mainz das ist hier statt gut ist später erst loralei koblenz ja nein wir haben schon zehn also nicht alles darmstadt aus dem baum auf der karte zu gucken darmstadt mainz rödesheim loralei koblenz wiesbaden und frankfurt hauptbahnhof und da steht sogar schon drin wie viel hat er wie viele leute aussteigen sollen sollen 19 meiner männern dort drin sein 13 mensch ist zwar der witzige meckere zu fuß laufen ich bin auf euch nicht angewiesen ja leck schlimm metaphors deutsch mit game 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 die formel eins bei unten fahr ich halte mit hundert durch die stadt ist mir sohn von scheißegal habe doch ich komme an egal ich weiß hier drehe spiel bin ich nicht deine mutter ist zu spät alles versteht kann zu aussteigen und sauber machen du idiot ich will zeit sparen ich habe gar nicht aufgaben zu geben aber klar man beim doppelachser macht natürlich durchaus sinn und wir sind damit der stadt im stadt da sind wir dann doch moin moin damen start sie wollen bestehe erfreundlich ja will ich natürlich korens wozu noch allein du auch nach wiesbaden grüfti wiesbaden wir sind nicht in der schweiz und damit haben wir alle schon mal ich finde ja cool ich habe meine ich habe ein ticket falsch gebucht kann ja passieren ich habe ein ticket zur falsche stadt gebucht passiert was soll da nicht passieren aber warum gibt man dem spiel da nicht sagen okay lieber fahrgast kaufte neues ticket du lehnst ihn quasi dann während der fahrt für die fahrt ab und er bleibt davor stehen und er hat ja mal der nächste flexbus kommt kann das dauern warum wie gesagt ich habe eigentlich die möglichkeit warum hätte ich hätte auch die möglichkeit zu sagen okay dann tut es halt weh jetzt einmal weil du hast ja falsches ticket gekauft du kannst ja oder du gibst dir die zeit okay du kannst ja umtauschen ich weiß nicht wie ist das flexbus geregelt jetzt zum beispiel wenn ich mir ein ticket kaufe für eine falsche stadt kann ich dann tatsächlich gewissen zeichnen oder erinnern also wie gesagt eigentlich müsste ich ja die möglichkeit haben dazu dass zumindest auch zehn oder sagen okay ich kaufe mir neues dann muss ich halt jetzt in den sachen apfel weiß und sage ich kaufe mir neues so legst du haltest im 9 9 9 9 9 9 oder wo das zdf sitzt in der schönen stadt und jetzt müssen wir hier rechts runter und ich mal so behaupten weil da ist mich mal zu frankfurt ausgeschildert ich habe schon gedacht dass erbauten neue nächste flexbus station hat weiß ich gar nicht erinnert ich war in frankfurt einmal das war 2000 2002 doch ja wo wir geflogen sind sind wir von frankfurt ausgeflogen frankfurt mein airport aber das dauert noch bis wir da vorbeifahren leider das ist ja so fragt man mich jetzt die letzte station und kurz davor ist der airport und ich bin gespannt wie er aussieht ich bin wirklich gespannt weil das soll da ist ein sehr sehr schöner airport wie gesagt ich bin selber im augustest da da freue ich mich übel schon drauf und ich bin auch schon gespannt wenn wir dann in halle ran fahren später sondern weil da gibt es ja auch der große flughafen leipzig halle da habe ich ein halbes jahr gearbeitet und der geht ja auch quasi einmal über die autobahn im weg ab dass auch mit drin ist so ist ein bisschen das gas wegnehmen nicht dass ich hier ja wo man die balustrale simmel ja ich fahre bewusst früher morgen weil man sieht einfach mehr als wenn man jetzt aber in der nacht fährt so noch keine polizeikontrolle gab bisher aber wie gesagt in der letzten folge anfang der letzte folge waren kaum aus der dritten stadt raus aber wir waren in München schon die erste stadt die erste polizeikontrolle gehabt und die zweite mal direkt eine stadt der später gehabt so jetzt muss ich hier nicht direkt und geradeaus und ich muss ja mainz erst mal noch mitnehmen mainz war ich schon mal weiß doch ich bin einmal durchgefahren ich habe einmal in mainz getankt genau da kam ich wo kam ich denn daher kann ich da kann ich von der beerdigung von meiner oma glaube ich wenn ich mich nicht die von mein papa von der beerdigung genau da bin ich dann als ich nach hause gefahren bin bin ich dann ich habe ja früher in der nrw gewohnt bin ich dann mal über mainz gefahren weil die autobahn glaube ich dicht war weil da irgendwie ein unfall war oder was auch immer und da bin ich in mainz tanken gewesen genau ich erinnere mich aber das sieht nicht aus wie hier das ist ein gut ist ja obwohl ich weiß dass man bei einigen städten das wieder erkennt also wie gesagt ich habe leipzig natürlich das eine war eine wieder kann klar war da ich würde auch einfach stehen bleiben ich habe leipzig auch einiges wiedererkannt muss ich sagen ich habe und luzern ein bisschen wiedererkannt ich habe basel weiß ich wusste dass in der nähe von basel ja den rasthof den kannte ich aber so ein paar sachen halt erkennt man aber natürlich auch nicht alle originale also ich weiß dass leipzig zum beispiel wir gucken euch das zweite video dieser reihe an dass in leipzig erkläre ich euch das eine oder andere ja da zeige ich auch das eine auch das eine oder andere oder köln auch kann ich ein bisschen wieder kann natürlich klar wo die die einkaufsstraße übrigens heißt hohe straße nur so nebenbei verschicken straße ist auf mallorca aber so was erkennt man hat erkennt man so was wie das einiges ja abgespeckt sein oder was auch immer anders sein klar wie gesagt wie gesagt nur leipzig an wo ich euch gesagt habe da wo da eigentlich die möglichkeit durchzufahren da wo ja eigentlich auch die fixbusse halten in leipzig die halten ja nicht da wo wir jetzt wo wir gehalten haben die halten ja eigentlich stücke weiter da wo die grünfläche ist und dann ein parkhaus also quasi so ein parkhaus weil da ist halt wirklich ein parkhaus aber sowas halt das meine ich das haben sie halt nicht detailliert reingenommen da haben sie dann irgendwo keine ahnung die grünfläche reingebastelt weiß ich nicht also man könnte hätte auch ein bisschen was an oder hätte auch ein bisschen was das macht können so ach ich hab das portail geholt so mainz war das stadt der heidenheim oder was hildesheim heidesheim okay gibt es den ort wirklich oder ist das stadt der von mainz und mainz heidesheim kann das sein also ich weiß ich kenne heidenheim ich kenne hildesheim aber heidesheim sagt mir jetzt so hilf ich bis hier raus sagt jetzt gar nichts das ist eine ortschaft die mir jetzt nur gesagt gut ich muss auch nicht alles kennen so apple die ist lustig und die ist rot und interessiert mich hat sich wenig okay es ist ja einfach wohl das hätte ich noch gerade gar nicht interessiert die frage ist mit voller lotte und wogegen gefahren wir können schon mal weiter ich habe ich habe ich habe flieger sind nichts hiergegen kennst du das turbulenzen der bruder von ingolenz so so und das gibt punkte in flensburg schön ich war noch nie in flensburg also weder real life noch entfernen wir durften ja nicht und das als wir in kiel waren haben wir noch level 3 gehabt das heißt wir durften noch nicht das radar so weit offen dass wir nachdings konnten was ist denn das hier für eine kacke für eine frage wir hatten den missionen gezettelt weil du musst hier erstmal fünf kilometer umweg fahren damit du irgendwo richtig rankommen so jetzt sind wir erstmal wieder hier moins der herr busfahrer ist wieder am stort ja moin moin schiff ist da ja das ist ein kleiner ich muss da waren cool hast du mal auf die mädel zu passen so dass das so eine perle ja ich bin ein bisschen an der so da sind wir dann in moin so nächste fahrt geht von mainz aus dann nach rödesheim gut und dann machen wir mal die tür dazu damit wir weitermachen können gut ich muss kurz in der reichstelle sagen dass ich hier los mache ja da sind eingestiegen eingestiegen auf geht's zum nächsten darum soll man sich also anschnallen das ist ja auch schuld wenn der scheißtaxifahrer meint unbedingt da rein zu müssen so auf geht's in richtung rödesheim wir sind 66 km jetzt kommen die kleinen städte die kleinen kack kacka städte also diese kurzen schrecken wo ich auch schon wieder drei kreuz zu machen wenn ich die strecke durch habe wenn wir in frankfurt sind aber das dauert ja noch ein bisschen da kriegen wir schon hin ich bin zwar vielleicht wird langsam müde das merke ich einfach jetzt gerade wir haben jetzt gleich um 10 und weg heute morgen gegen mal drei dann ist da ungefähr was sache ist also abends um 10 ich dachte hier darf man nicht so schnell fahren tja lass das denken mal lieber den läuwer lass das denken mal über den leuten guck mal ich kann jetzt mal gas geben ich weiß der bus ist kein pkw aber müssen sie jede kante mitnehmen ich habe ja dich auch mit dabei mein freund so der und 50 kilometer bis es mal rüdesheim habe ich schon gebracht mit den rüden gerne so guck mal ich dachte hier darf man nicht so schnell fahren ach hör doch auf zu denken gib mir nicht auf den sack oder mit dem lkw hier einmal 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 so jetzt muss ich hier gucken ich muss hier auf die uhr gucken das geht jetzt relativ schnell also rüdesheim ist jetzt nicht weit weg rüdesheim ist ja hier vorne da sind wir jetzt unterwegs dann aber lorelei und koblenz sind relativ zeitnah beieinander und dann haben wir bei denen etwas längere stecke wieder nach wiesbaden und wiesbaden dann sind wir dann nur noch frankfurt also wir haben jetzt nicht mehr allzu viele kilometer also viele städte bin jetzt allerdings müssen wir nur gucken dass wir nach wiesbaden kommen und dann wiesbaden frankfurt das ist dann gut gemacht schnell gemacht dass ich jetzt die dörfer hier mitnehmen dann wird ein bisschen raus dann war es schön wenn man eine lkw will und dann kommt er rechts rüber zieht ich habe die ausfahrt nämlich nicht gesehen da sind wir schon im Rüdesheim, 96 Kilometer haben wir nur noch durch werden wir nicht kommen, das ist ganz klar wir werden wahrscheinlich mit einer Pause durchkommen oh, Alter upsie kann ich hier durch? wo sind wir hier? ich muss mal ich hab ich hab die Strecke vergessen so, sind wir jetzt richtig? ja weil wir haben wir nicht einfach weiter gefallen, der uns 65 Kilometer gehabt dann wäre man noch mal über 30 Kilometer mehr gewesen deswegen muss ich einfach komplett betanen, Nick Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? ich hab keinen Führerschein, lass mich in Ruhe bevor du fragst bei deiner Mutter ne, Kaffee? ja, ne Kaffee sagt auch ja ja, komm, gib Gas ne, Appelrot na, was macht man? da bleiben wir verstehen die Appel wäre schon wieder umgeschaltet die war schon wieder auf dem Weg, Rot vorher steht kein Auto ich bleib erst mal stehen was war das? was war das? mach dein Telefon raus aus oder geht ran mit dem Thema Klingeln, lass uns in ja klingelt so ein Handy eigentlich auch im Darm? Frage für ein Freund ich sehle mich doch immer, wie eine Folge von Jack ist, weil er sich das Spielsack-Auto nimmt Klappe steht auch mit dem Handy sind nicht meine so, also, wir sind jetzt nur noch 15 Kilometer entfernt von Rüdesheim da haben wir zum Beispiel schon eine Lenkung durch Rüdesheim, Loreley, Koblenz, Wiesbaden und Frankfurt ist aber unten eben hier die Ecke so, 5 Kilometer nach bis Rüdesheim auch wieder so ein Örtchen, was ich 0,0 kenne ein kleines, stuckeliges Örtchen wahrscheinlich so, schaffen wir den noch? ja, das war easy peasy, schaffen wir den noch so, was ich gerade gucken da auf der rechten Seite ist der, ist der Steig hier leben Menschen woin wo ist Paras da? wo ist Paras? Frankfurt Frankfurt Nussul Doreley Frankfurt Wiesbaden Doreley Wiesbaden Wiesbaden Der kommen nicht alles klar gut, dann haben wir das mal auf wir machen die Kandidatur und fahren dann weiter in Richtung Loreley Was ja eigentlich auch mit weniger Leute ums Eck sein dürfte. Ne, warte mal, ist schon richtig. So, wir haben schon wieder Pause, ne? Ja, du Sackhalter, du musst natürlich da unbedingt mit Vollgas noch vorbei. Ich, ich bin der Autofahrer, ich muss da vorbei. Jetzt haben wir natürlich die Pause, aber ich habe keine Verschaffung. Nein, das machen wir dann in der nächsten. Du wirst mich jetzt verarschen. Geht die Scheiße jetzt wieder von vorne los? Jetzt geht der Mischung wieder von vorne los. Ich mache Pause. Ich kriege mal schon raus, den Buster. Ach ja, die Tür müssen ja geöffnet sein. Warte mal, ich mache mal. Ich nehme den Gang mal raus. Jetzt vor der hier irgendwie wieder meckert. Genau, deswegen habe ich jetzt den Gang rausgenommen, dass mir die Scheiße nicht nochmal passiert. Ich mache mal raus. Jetzt machen wir die Rastpause. Ich lege mich noch mal. Ich lege mich noch am Sack. Ich lege mich noch am Zügel. ja da geht es wieder weiter fahrgäste 10 32 ok 2 3 vorgäste meine verdächte spaßkanonen hier um so viele ich habe schon wieder ein vergessen mann seid ihr party folgt also ja man kann in anführungszeichen partie die frage zu vergessen indem man einfach auf kontrollieren geht und weiter fährt ist mir im kinder der letzte fall passiert habe ich auch gesagt kommen habe ich hier so extrem festgefahren guck mal ich habe es fast gesagt es sind zwei fehlen jetzt alter macht einen jahr sonst kannst du rennen weiß ich da war jemand ich habe gar nicht gesehen ja brüder nicht ganz aber viel vergleichen schneider soll ich mal auf dem klo da sitzt doch jemand ich habe keine ahnung wo keine ahnung wo der sitzt moin moin bestimmt doch oben wenn ich oben schon wieder einen vergessen ich wollte hoch wo bin ich denn den habe ich denn da vergessen Was hab ich denn da verkissen? Sandro Die Fatima, natürlich hab ich die Fatima vergessen. Wie kann mir das denn passieren? So, damit haben wir alle. Ich sag ja, immer mindestens einer fehlt. Die sind meistens immer alle da, aber ich muss das mal finden. So, weiter geht die Reise. Gar keiniger Motor hat funktioniert nicht. So. Gut, weiter geht's nach Lorelai. 50 km. Wir haben uns unsere Pause abgearbeitet. 15.30 ist die nächste. Und dann sehr wahrscheinlich die letzte Pause. Aber wir kriegen das schon nicht. Vier Stunden haben wir jetzt noch Zeit. Für unsere Reise nach Frankfurt. Lorelai Koblenz haben wir noch und dann haben wir die Reise nach Wiesbaden. Äh... Oh, Alter, den hab ich nicht gesehen. Ist das hier Alarm für Anaconda 12? Haha, das würdest du nicht wissen. Ja, der Anaconda 30 cm. Ich sag, hier Alarm für Anaconda 12? Äh, ja. Darum soll man sich also anschnallen. Genau, das kommt die Anaconda. Ja. So, okay. Ach, das war schon wieder. Jetzt geht's da Lorelai. Schöne Ecke, hier muss ich sagen. Moin. Oh, da flug. So, 40 km. Lorelai, schöne Ecke. Wie gesagt, sehr schöne Ecke. Hops. Warum soll man sich also anschnallen? Genau. Schilder sind immer überbewertet. Vor allem nervige Schilder. Ach, wirklich schöne Ecke. Ich erinnere mich gerade an diese Straße. Wie gesagt, die bin ich damals auch schon mal gefahren. Ist hier irgendwo eine Tankstelle auf der Straße? Kann das sein? Blöde Frage, nächste Frage. Wollen wir sie denn jetzt? Jetzt sind wir hier. Okay, jetzt geht's natürlich weiter. Dann ist es keine Tankstelle. Die wäre in Grünesheim gewesen. Ich kann mich erinnern, dass hier so eine Straße ist und an der von Mainz. Aber es kann auch nicht sein, dass hier eigentlich offiziell irgendwo eine Tankstelle wäre. Aber ich sage jetzt, 100% weiß ich es auch nicht. Aber das ist auch schon ein bisschen was. Da war es nämlich auch so eine Bergstraße oder was auch immer. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Ich werde doch nicht verfolgt. Ich fahre ja freiwillig so schnell. So, jihi. Drei Kilometer. Und es wird jetzt enge. Ist aber eine Ecke hier. Haben Sie es so eilig? Jep. Hab ich. Ich werde wirklich Feierabend machen, Leute. Ich fahre noch 20 Kilometer. 20 Kilometer noch. 20 Kilometer noch. Wie war das mit dem Handy? Mach es aus, guck ich. Ich bin halt schlangig mal auf den Sack gegangen, oder? Hört mir das gerade mal so ein bisschen auf. Also, jetzt ohne meine Anwesenheit. Aber, äh... Ich könnte mal wieder, ne? Warte mal. Hör mal, wo ist die Ansage? Moin. Darum soll man sich also anschnallen. Und herzlich willkommen... Zu dem blöden Spruch kriegste. Wir machen mal was anderes. Hilfe, Fühler kaputt. ...unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte in zweiter... Und los, Kollege, kein Empfang mehr, oder weil vielleicht ein scheiß Handy. ...zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz an. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu nahe gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Weißt du was? Weil die mir so auf den Sack gegangen sind, gehe ich euch auf euren Säcke. Halt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf Plusbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Ich gehe in einer Säuner. Oh, wie leckt die Scheiße gerade extrem. Das hat aber nichts mit der Klimalage zu tun. Oder? Boah, das ist lecker. So was war extrem hier gerade. Und nochmal, ich spiele die PS5-Version. Jetzt geht's aber eigentlich. Ähm. Ähm. Erstmal geil. So. Ich krieg jetzt dauerbeschallung in die Ansage nochmal rein. Und ich geh euch jetzt ein bisschen auf den Sack. Ja bestimmt. Holst du ihn, Oji? Kann ich bei Ihnen ein Ticket rein? Nein, kannst du nicht weiter. Klar, kannst du das. Auf geht's. Mal gucken. Mal gucken, haben wir Säderrück? Nee, da vorne stehen noch zwei. Magdeburg. Ich sage ja, gefühlt ist immer einer mit dabei. so so nächste anstelle des koblenz so nächste anstelle des koblenz und 48 kilometer noch so du musst jetzt nach links ist jetzt ziemlich zeitnah alter soll ich das weder wieder ausschalten mir wird gleich schlecht ja auch mir ist bei der molla wird schlecht so brauchen wir es denn ungewohnt wenn alles kollision hat ich muss zugeben dass ich gerade ein bisschen übermüdet bin ja es ist ein spiel natürlich aber es ist halt ja ungewohnt wenn alles kollision hat wenn ich mir die ganze auf die senke geht also ich könnte anhalten wo sind wir hier unterwegs nach koblenz ich wollte das licht anmachen was ist los hier doch normale lichter sagen ja also fahren wir jetzt recht nach koblenz ohne irgendwie alles verschüttet danke das hier bin ich vielleicht rechts ja ja ich hab gas da vorne oh alter halt die klappe jetzt ich kann doch nichts dafür was ist denn heute los was ist denn jetzt los hier also hat jetzt nichts mit der ermüdung zu tun ich natürlich klar freut man sich über die strecke nicht durch ist aber ja jetzt 20 20 stunden wach die folge geht ja vielleicht noch ein bisschen aber wie gesagt wenn wir bald durch sind wir haben jetzt bald doch klar natürlich jetzt ist das richtig ja dann haben wir noch wiesbaden wir haben noch drei stelle drei stellen und ich habe wiesbaden noch eine etwas längere runde und frankenfurt auch aber das kriegen wir schon hin ich habe meinen kaffee jetzt gerade durch kennt ihr ha 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 jetzt doch gar nicht nein so 20 versorgte noch 20 km ja die ecke ist nicht ganz einfach das problem ist einfach du gibst gas brems gibt gas brems war die vor dir genau das gleiche man der lkw gerade hin er gibt gas und brems das ist genau das was ich meine man bleibt einstehen stehen wo ich stehen bleib mit der lkw fahrer ja und interessiert mich ja nicht gesagt gar nicht ich fahr einfach weiter und so die schöne brücke ich will ja nach hause meine güte aber schöne ecke hier koblez natürlich koblez das dreiländereck ich war hier schon mal das ist schon länger her kennt sie nicht luxemburg deutschland und frankreich ist es richtig luxemburg frankreich deutschland ja doch da dreiländereck das kann ich aber dass man hier sieht da hätten wir wahrscheinlich mal die brücke an der brücke anhalten müssen ich würde das ja eigentlich gerne mal gleich machen ich hoffe dass wir raus können also wir können hier raus ist das der hauptbahnhof da vorne oder was raus und wir sehen uns ganz wache die 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 so da sind wir dann haben wir alles ohne ticket jawohl perfekte frankfurt die hohe morgen da komme ich her Servus, fahren Sie in der Nähe sehr freundlich. Vorher ist doch jemand, der ist doch einer ohne Ticket. Hallo? Ja, zum Ticket, das ist doch der. Ich frage, fahren Sie in meine Richtung? Ja. Mahlzeit, ist das nötig? Ja. Ich suche mir gerade eine neue für Sie. Ja, ich sehe aber hier gerade... Hallo? Ich sehe im Minimum noch zwei. Warte mal, ist doch scheiße sowas. Penno Hummel. Penno Hummel. Ist doch hier der Kollege. Hallo? Hallo? Sie wollen bestimmt meinen sehr freundlich. Dich wollte ich sehen, ja. Dich wollte ich noch sehen, genau. Gut, dann kann man gleich unseren Weg weitermachen. Von Koblenz nach Wiesbaden, ne? Ja, genau. Und dann nach Frankfurt und dann haben wir es. Warte, da habe ich die Klappe hinzu. Bis vorhin jetzt irgendwas vergesse ich. Natürlich nicht. So, dann kommen wir mal aufs Handy. So, Fahrt starten. Wir haben auch alle Fahrgäste mit am Start. So, nächster Halt ist dann Wiesbaden. Wenn wir nur 41 Kilometer von uns sind, ja, das dauert nicht so lange. Viertelstunde, 20 Minuten sind wir da wahrscheinlich. So, weiter geht's heute, also jetzt, auf dem Weg nach Wiesbaden. Wir haben Pause aber schon gemacht, ja. Es könnte sein, dass wir sogar durchkommen, jetzt ohne Probleme. Also Wiesbaden und Frankfurt sind jetzt die letzten Haltestellen. Dann haben wir zumindest den ganzen Kram weg. Dann haben wir, glaube ich, auch Hessen fast komplett, ne? Hessen und Rheinland-Pfalz haben wir da komplett abgearbeitet. Wie sieht der Tank aus? Passt. Gut, na dann, auf. Können Sie vielleicht etwas langsamer fahren? Ihr wollt ja nach Hause, oder? Also, lass mich fahren. Sonst könnt ihr nämlich rennen. Das müssen wir hier wahrscheinlich links haben, weil wir müssen hier auf die Parallelstraße links von uns. Oh, mach dein Scheiß-Handy aus, sonst ist es weg, gleich. Oh, alter, nimm deine Karre weg. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich habe keinen Führerschein, lass mich in Ruhe. Also, lass mich in Ruhe. weil es ja mit dem denken hast du es nicht so nie jetzt habe ich meinen kaffee verschüttet ja trink keinen kaffee 200 kilometer noch dann haben wir wiesbaden wie gesagt du kannst gleich laufen ist mir scheißegal kannst du gucken wie du nach hause kommst nimmst du ein taxi jetzt fragst du die fahrer die besser fahren als ich schön dass da an dem lkw vorbeigeht polizei passiert mich hat sie wenig mit morgen da gibt es abgesplittert meine güte nur am meckern die idioten nur am mecker ich habe die ganze zeit ich war hier voll normal und alles um und dran die wird die genie mick 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 hat die fresse so also gibt es tatsächlich noch eine runde rainbow succeed ich muss ja mal eine gruppe schreiben deswegen mache ich mal zwischendurch eine kleine pause weil aber wir sind gleich durch wir sind zwar durch wir sind ja mal wir sind ja 80 kilometer vor wiesbaden und dann haben wir noch fragen und dann sind wir schon durch mit dem let's play also mit der folge geht ja schnell überleg mal wir sind mit 140 kilometer hatten wir jetzt noch eben jetzt sind wir noch bei 80 also wir haben schon die 60 kilometer weg und da sind halt von keine ahnung fünf minuten also so schnell geht es schnell ich meine ich halte mich sowieso nicht an irgendwelche zeiten ist mir doch scheißegal wenn euch pause 15 30 oh alter ihr nervt alter ihr könnt nicht alle fahren der einzige der hier normal fährt bin ich das ist doch normal weiß doch jeder so 80 kilometer vor wiesbaden und dann haben wir nur noch frankfurt und dann sind wir schon durch mit dem völkern ist frankfurt der weg kürzer gerne ja doch mal einiges kürzer also wie gesagt der weg jetzt ab wiesbaden ist jetzt noch ein stück weit aber der weg nach frankfurt ist kürzer also wie gesagt irgendwo so 20 minuten 10 minuten sind wir durch das ist wieder typisch das ist wieder typisch das ist typisch deutschland du knallst du bist am anderen auf die baustelle semmelt noch einer auf der linken spur ich muss dann noch durch ich bin muss fahrer ich erlebe die scheiße jeden tag ich genau aus der genau die richtung das ist ein kandidat einer muss dann noch irgendwie ich muss dann noch mal vorbei kollege ich bin dämlicher autofahrer da könnte ich dann manchmal könnte ich da aussteigen und dann einfach so eine telle nicht da in die schulstange treten meine güte wie gesagt klassiker ich habe euch da einiges schon erzählt ich habe gesagt und zwar zwei drei meter von bahnübergang geschlossene schranke da steht schon autos was macht der herr autofahrer ich muss dann ich muss an dem bus nach unbedingt vorbei ich stelle mich aber direkt bei ihr die links nicht brems die bremsen mich dann vor dem bahnübergang noch aus weil sie ja unbedingt überholen müssen wie gesagt manchen autofahrer denke ich mir alter nee so jetzt sind wir schon wieder da 50 kilometer noch also 30 kilometer weg also die baustelle war jetzt gefühlt 30 kilometer lang ja haha 50 km wiesbauer wie ist der ratsplatz streift was soll denn was ist denn der tank halb voll immer noch ja alles gut wie gesagt ich dachte mir ich hatte so einen tank leer aber nö jetzt nicht das ist nicht so so 40 und dann nur frankfurt und da freut mich schon drauf weil da ist es dann tatsächlich so wie gesagt ich weiß nicht ob der flughafen sie einfach vorbeikommen sie kommen an der straße vorbei angeblich und mal gucken wie viele sehen ich hatte eigentlich erwartet dass frankfurt flughafen eine fliegsstation hat wäre natürlich am sinnvollsten weil du dann direkt umsteigen kannst aber scheinbar nur frankfurt das heißt du musst erst mal nach frankfurt in den stadt auf dem flughafen vorbei du musst auf frankfurt in den stadt und dann wahrscheinlich mit der s-bahn oder auch immer weiter nach zum flughafen ich habe keine ahnung wie gesagt ich bin im august dort ich könnte mal gucken so rechts brauche ich runter jetzt nach wiesbaden und mainz doch wiesbaden müssen wir tatsächlich natürlich klar so richtig so wir haben in euren 29 kilometer vor wiesbaden und wiesbaden bei euch so so jetzt müssen wir gerade raus mainz da waren wir schon so jetzt muss ich gerade gucken wiesbaden köln ja ne köln ist falsch wiesbaden ist richtig köln das waren wir da schon also zumindest kurz im städtecheck ja aber in der stadt hat sich waren wir noch nicht zumindest nicht immer in der karriere im freien modus fahren ja wie gesagt habe ich leipzig köln und zürich angeguckt aber wir waren noch nicht im let's play dort so nächster alles wiesbaden ich war natürlich jetzt gerade drüber ich vermute dass hier irgendwo gleich im blitzer steht da ist ja ja ist also schon der busfahrer moin denn samach du stehst du stehst du stehst wenn ich jetzt noch schon im blitz und einsteigen gut alles was jetzt in die frankfurt ist es klar ja du willst auch sagen vor das ist klar sind wir noch die ist ja auch die nächste halte schilder vor allem steht ja drin er steht drin der apport er steht in der liste drin er steht aber nicht im links drin also wenn ich habe ich habe gesagt dass der apport nicht ja da die rolle ich muss schon einsteigen ich könnte jetzt einen blöden spruch reißen aber das könnte wieder falsch aufgefasst werden so haben wir denn hier haben wir fahrgast war gestern und nele kek pass auf das ist die olle die vorne in der tür steht das war mir klar so nächste abflug so frankfurt wie viel haben wir noch 0 meter wieso 0 meter wieso nur mit wieso nur mit aber irgendwas vergessen jetzt nichts vergessen jetzt hat er geradeaus doch ist richtig okay gut 100 km bis frankfurt und dann haben wir es geschafft noch 100 km bis frankfurt habe ich wundert dass ich habe es gesagt gerade ich habe gesagt da stehen wir in antage noch irgendwo ein blitzer das ist auch egal so nächste haltestelle frankfurt wie gesagt ich wundere mich vom airport nicht mit drin ist weil airport ist offiziell drin und der position und da ist aber keine haltestelle und er steht in der liste drin er steht in der liste komplett drin jetzt richtig raus das ist nur ein bisschen beschissen gelöst gerade mit dem navi weil es ja wie ihr sagt fahrer schon gerade aus und verdammt rechts aber der weiter hier raus so zu gucken geradeaus weiter fahren wir müssen jetzt weit Richtung frankfurt das ist jetzt klar wie gesagt er steht in der liste der ticketliste steht frankfurt airport drin und er sagt die airport ist nicht mit drin und ich hatte es wie gesagt erwartet und wir fahren jetzt mehr oder weniger auf die autobahn kommen gleich schon vorbei und ja ich hätte mir erwartet dass es ein ich wollte gerade den übelsten dürfen der tokyo durchziehen mit dem bus hat geklappt oder nicht so 80 kilometer nach sagen wir mal so circa fünf minütchen jetzt sind wir zehn minuten vielleicht dann müssen wir rechts irgendwo frankfurt-darmstadt-airport müssen wir jetzt da raus müssen wir da raus oder fahren wir da gerade aus wir fahren nur straight geradeaus alles klar da können wir auch die jungs überholen hier vorne wir sind nämlich jetzt am flughafen das müsste das riesen ding hier was hier rechts ist sein das müsste der airport sein das müsste der airport sein also es ist der flughafen und ich erinnere mich ich erinnere mich dass es so ähnlich aussah du kommst von der autobahn fährst das flughafengebäude vorbei direkt zumindest nicht allzu weit weg wie gesagt ich bin im august bin ich hier dass ich ein bisschen schade finde dass man nicht beeindruckt hat dass man nicht mehr sieht ja ich halte keinen wind auf der autobahn an ich versuche gerade dinge zu erkennen tut mir leid aber die brücke da oben ich erinnere mich das könnte die schwebebahnen sein es gibt ja tatsächlich diese schwebebahnen aber die über die an herbe von an ab so 60 kilometer noch vor frankfurt wie gesagt ein paar minuten noch hervor dammstadt das kommt alles ja das haben wir schon gehabt aber erfurt kommt noch wahrscheinlich erst in der nächsten folge mal gucken jetzt hat es schon wieder alle gefühlt bleibt es schon wieder stehen 50 15 15 ist offiziell pause 15 30 15 15 15 15 15 15 ja wie gesagt wenn du das gut darfst können wir ist das hier links das stadion ist das hier links die der deutsche bank sportpark also hier mal die konkurrenzbank sieht so aus das ist hier fußballstadion eintracht frankfurt ja ist er und es ist tatsächlich das erste mal dass ich ein fußballstadion im let's play sehe ok das wusste ich nicht dass das so nah beieinander ist so nah an deutschliches wie gesagt in münchen haben wir es nicht gesehen in basel haben wir es nicht gesehen hier haben wir tatsächlich in frankfurt das erste mal ein fußballstadion im let's play sehen können sehr cool dass zumindest mal eins drin ist ich bin mal gespannt wie es dann im mit so einem ruhrgebiet aus die dortmund und und so weiter die aussehen ja ja links da hat das oder wenn wir nach leverkusen fahren das stadion steht nämlich auch direkt an der autobahn steht direkt an der a3 so da fahren wir rechts ab 130 kilometer und dann sind wir durch wo ich die morgen macht sie nur gibt es die nächste tolle route und da müssen wir mal gucken wo fahren wir starten wir fahren aber da wird es könnte es wahrscheinlich sogar schon richtung ruhrgebiet reingehen weil da zieht mir nicht vor die nase ich finde es manchmal echt ich bin der kW fahrer ich muss das tun ja du musst du musst du nicht alles musst so frankfurt hier links gut kann ausgehen wäre scheiße wäre schwachsinn weil es egal weil es quasi mehr oder weniger wieder auf die autobahn zurück ginge diese damit herzlich willkommen zu unserem letzten fahrziel für heute herzlich willkommen in frankfurt am main nicht an der oder das liegt an der polnischen grenze wenn wir mal glück haben holen wir uns gleich noch ein krönchen ab glück haben wollen wir uns gleich noch ein krönchen ab nur wie gesagt ich hier frankfurt innen schatz ich kenne mich jetzt sind sie gerade geblitzt worden nein ich wollte schon immer so wie die ja das war ja links war richtig das war nicht müssen die nächste ne hier war es mal links scheiße so hier müssen wir abbiegen so hier müssen wir abbiegen so hier müssen wir abbiegen ist das wofür der der hauptbahnhof hat doch nicht sinn ne ja wahrscheinlich also es würde sinn machen wenn ich hier ach komm ich fall einfach rein ich stell mich auf die seite ich kurz das ding jetzt ein bisschen ab wollen mich feierabend machen ich will mich weil die leute warten und damit herzlich willkommen und wir sind 20 minuten früher damit man nicht die pause machen müssen wir hätten unterwegs eine pause machen müssen ja das war dann die schöne fahrt von nürnberg nach frankfurt danke für eure mitfahrt ihr wart wie immer unangenehme fahrtgäste ich bin zwar gefahren die letzte hänke aber das ist mir gerade scheißegal ja ich freue mich dass wir angekommen sind und damit beende ich heute meine rote und wir gucken mal wie mies wir also ökonomie waren wir top tausend qualität 0 prozent wir haben noch ein point die pause gehabt verkehrsregeln da kommt nur drei stück ja das ist auch schön 31 links an egal 33 prozent warum nicht zwei stecken kreisverkehr geschönlichkeitsklimits sind überwärts genauso wie der sicherheitsabstand interessiert mich als ich bin ich so die nächste rote die wir ganz angehen wird die rote nummer 12 werden 13 natürlich werden richtig im kopf habt so wir stehen jetzt in frankfurt wie gesagt ich hatte gar wartet dass wir den aeroport mit sagt doch der aeroport hat mehr haltestelle mit drin warum müssen sie nicht mit drin dann nehmen wir sie jetzt mit rein weil eigentlich wie gesagt hätten sie mit rein müssen hätten wir sie mit rein nehmen müssen flight departure ist das richtig wir nehmen sie mit rein beide so also wir starten natürlich in frankfurt so also neue route ich sage ja frankfurt flughafen hat eine haltestelle drin warum ist die nicht mit dem mit dem links von den hätten wir so mitnehmen können die haltestellen so also noch mal wir stehen jetzt hier oben wir werden von frankfurt aus fahren tatsächlich frankfurt flughafen was natürlich jetzt absolut die grütze ist aber ist halt so hier sind wir alles durch ich würde ja fast gerne nach bonn wir fahren auch bonn ja ja mal so köln leverkusen mönchengladbach da sind wir nämlich die ecke durch duisburg essen gelse kirchen dortmund dann sind wir nämlich einmal die ecke komplett durch dann haben wir nämlich die ecke hier unten weg und dann können wir nämlich hier weitermachen dann fahren wir nämlich kassel ja dann fahren wir von bis kassel genau dann haben wir einmal komplett in der w weg gefahren also flughafen von fortfahren mit airport und dann hoch über bonn köln leverkusen mönchengladbach düsseldorf duisburg essen kassel kirchen dortmund nach kassel das werden die nächsten und das ist kürzer ja 840 kilometer da kann man auch kassel mitnehmen passt damit rein ja doch über kasse wir nehmen trotzdem kassel mit rein und dann fahren wir danach die folge müssen mal gucken wir dann über erfurt wahrscheinlich erfahrt halle potsdam dann magdeburg-wollsburg-braunstreich das obere ecke weg und dann haben wir fast deutschland komplett abgefahren dresden müssen wir noch immer mal nehmen mitnehmen das können wir auf der nächsten folge sollen mitnehmen kann man dresden und dann kann man potsdam und dann immer die oben die norden dann haben wir zwei drei folgen dann haben wir deutschland zumindest einmal abgefahren dann kann man nämlich irgendwann runterfahren so genau so das ist die route nummer 13 und das ding sehen wir uns noch in der nächsten folge haben wir 970 kilometer und ich freue mich wenn wir einschalten wir beim fernbus simulatoren